Patterning Tutorial 3. Ein kleiner Überblick, was noch alles in dieser App drin steckt. Ich weise euch erst mal auf das Menü oben auf der obersten Zeile unserer App hin. Hier können wir auf File drücken. Hier haben wir natürlich auch ein Fragezeichen. Fragen haben wir immer wieder. Bei File geht es darum, wie benenne ich meinen Song, meinen Pattern. Ich kann so Grundparameter meiner Songs einstellen, ob ich im Vierviertel- oder Dreiviertelrhythmus mich bewege, welche Geschwindigkeit ich habe. Ich kann hier abspeichern, ich kann hier einen Namen vergeben. Ich habe hier außerdem noch eine Menge Tutorials und ich kann hier auf Export gehen und meinen Song in unterschiedlichsten Formaten exportieren. Ich gehe mal auf Export, weil das ist ganz interessant. Hier kann ich das Ganze für Ableton verfügbar machen, wo die einzelnen Sounds und die einzelnen Rhythmen, die ich eingegeben habe, sich dann aufteilen in verschiedene Clips in Ableton, wer mit Ableton arbeitet. Ich cancel das wieder und gehe hier. Das ist die Ansicht, die wir schon kennen. Hier haben wir ein kleines Untermenü, wo wir unsere Torte einteilen können, wie viele Stücke und wie lang diese Stücke dauern. Hier habe ich noch ein Menü, wo ich Effekte einstellen kann, ein Delay oder ein Reverb und hier noch mal einen Stift, wo ich diese Tortenstücke unterschiedlichen, zum Beispiel der Tonhöhe zuordnen kann, dem Panorama oder auch noch mal ein Tortenstück in kleine Unterteilungen machen kann, einstellen kann, so dass ich wie so einen kleinen Schlagzeugwirbel, zum Beispiel bei der Snare, stelle ich hier mal einen kleinen Schlagzeugwirbel ein. Nehmen wir mal, da sind jetzt ganz viele. Da wird mir das ganz deutlich hören. Das kann ich noch lautstärkemäßig verändern. Da wird es leiser. Also hier ganz tolle Möglichkeiten, nochmal mit diesem Untermenü zu arbeiten. Unter Record finden wir die Möglichkeit auch mit der Hand, einfach nochmal nicht mit dem Step Programmierung, sondern einfach mit dem Feeling einfach Instrumente einzugeben. Hier habe ich einen Metronom und kann hier einfach aufnehmen. Drum Kits haben wir uns schon angeguckt. Mit Song kann ich verschiedene Pattern zusammenstellen. Hier habe ich einen Mixer, kann die Lautstärken der verschiedenen Schlagzeuginstrumente untereinander noch mal abstimmen und kann hier entsprechend Effekte eingeben. Die Effektabteilung, ein Delay, ein Reverb und ein EQ und ein Distortion, ja Verzerrung, macht einfach die Instrumente ein bisschen fetter und das waren im Wesentlichen hier im oberen Bereich dieses Menü. Ich sage da erstmal Tschüss für heute und das nächste Mal geht es mit den Tutorials zur App iMachine weiter. Bis dahin. Tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020